So, hier im Dschungelkampf zwischen den Palmen durch, ähnlich des ersten Levels sehe ich gerade, wir haben hier auch so ein... Ich dachte, ähnlich nicht, ne? Kommst du her? Ähnlich im ersten Level. So. Ich glaube, ich war daran stehen geblieben, mir zu überlegen, warum mich dieser neue Joystick stört. Was heißt neu? Also diese etwas Neu-Auflage. Weißt du, ob das Daumentasten sind oder wofür die sein sollen? Also das sind so vier so kleine dreieckige Tasten, die so etwas oberhalb sind. Also jetzt nicht diese runden, klassischen runden Buttons. Gut, jetzt habt ihr mal gesehen, was passiert, wenn man in so ein Graben fällt. Ich habe es auch angekündigt im Infovideo. Grabenkämpfe sind leider nicht möglich, wir sterben einfach. Ich meine, so tief sind die ja auch nicht, aber gut, ist halt gewollt, so im Spieldesign. Das ist sowieso witzig. Natürlich gespielt als kleiner Bub. Oh, da habe ich auch Glück gehabt. Ich dachte, ich habe mir schon mit meinem Schicksal abgefunden, dass ich sterbe. Gespielt als kleiner Bub. Ohne Sheet. Relativ weit gekommen. Aber natürlich nie, wie bei fast allen C64-Spielen, nie ans Ende gekommen. Ah, da war ich doch schon noch schneller. Man kann nie das Ende sehen und es ist manchmal sehr, 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 sehr traurig und sehr, sehr schade, was so die Entwickler machen. Die machen einfach die gleichen Levels am Ende oder machen es einfach knacke schwer oder einfach dreimal zu kurz. Denn man ist ja davon ausgegangen, dass man es eh nicht schafft. So. Komm raus. Los. Glück gehabt, dass er mich auch noch nicht erwischt hat. So. Wir haben etwas Mangelware an Handgranaten. Deswegen schnappen wir uns mal das Päckchen hier, was hier netterweise liegt. Nur zwei Granaten drin. Ist jetzt nicht unbedingt, ähm, ergiebige Ausbeute. Ach, sagen wir hier schon so einen Bombenwerfer mitten im Feld. Das war einmal. Das ist natürlich fies. Klar, Handgranaten explodieren im Wasser. Das ist auch eine interessante Variante. Na gut, aber wenigstens ist es fair und er kann auch nur drei Granaten schießen. So, jetzt machen wir unsere Lamer-Taktik. Aber da kommt gar keiner. Wohin, habe ich auch Glück gehabt. So, ich würde sagen, die erledigen wir jetzt mal hier in diese Kanone. Dieser Bunker oder was auch immer das ist. So, oh, das war schon wieder das Level-Ende. Also, ja. Hervorragend. Ich habe es kommen sehen und trotzdem laufe ich wie blöd. Oh. Ups. Das war der verkehrte. So, ich meine, der Rote müsste noch rauskommen. Den habe ich noch nicht erledigen sehen. Da ist er. Na, den habe ich nicht erwischt. Ich glaube, es gibt ein paar extra Punkte. Kommst du jetzt her? Das gibt es doch gar nicht. Die ärgert mich hier. Ha. Area 4. Cleared.